Der Tor ist ein starker Ball von Sahin Braschikowski. Gegen zwei Bochumann, vorbei an zwei Bochumann. Sieg an! Fast für ein Tor. 27. Minute, Borussia Dortmund führt mit 2 zu 0. Und das war klasse. Rausgespielt und toll abgeschlossen. Die Vorarbeit von Braschikowski und der Abschluss von Mohamed Zidane. Und diesmal geht nicht der geringste Vorwurf an Philipp Herwagen. Hier nochmal der Pass raus von Nuri Sahin. Und dann zwei Bochumann, die da ausgespielt werden. Fuchs und Holpi. Und dann Zidane fast genau von der Strafraummarkierung aus. Und der hat im Moment aber so richtig einen Lauf. Der Ägypter. Saisontor Nummer... Drehend.